Ich habe mit Dex gesprochen. Er weiß auf jeden Fall, wie er sein Business beschützt. Wir sollen ein paar Probleme ausbügeln. Vorarbeit. Bevor er uns einen großen Job gibt. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Meldstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben. Aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingon. Du klingst nicht begeistert. Was weißt du über Royce? Und der Typ ist besonders durchgeknallt. Royce schnüffelt krumm wie Junkies Drogen. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und über Solo-Tuschen anparkern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Ich werde erst mit Parker sprechen. Rausfinden, wie sie drauf ist und was sie will. Dann gehe ich zur Allfoodsfabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Und dann gehe ich zur Allfoodsfabrik. ich habe mehr als nur deine nummer abgehört du hast ein konvoi verloren was mit der sprache nicht am telefon lass uns treffen deal aushandeln na gut erster ausfahrt auf der skyline richtung sturmkanal unter der überführung wir treffen uns dort immerhin muss man ein bisschen daran gewinnen um ellie zu sein das schwarzen hirn wollte sich auf nomaden einlassen so until you get yeah was war das denn jetzt so 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 okay dass ich so 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 Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig! Jetzt beantwortest du meine Fragen. Wahrheitsgemäß, direkt. Bist du alleine hier? Ja, nur ich ganz alleine. Es ist wahr. Geht nachsehen, sofort. Jetzt hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Den Typ? Hab ich noch nie gesehen. Ist wahr. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen. Aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bring die zum Schweigen. Lass mich sofort gehen, sonst... Den könnt ihr loslassen. Will wissen, was er zu sagen hat. Hättest du nicht gleich locker bleiben können? Halt deine scheiß Fresse. Was willst du? Ich brauche einen Bot. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot kriege, zeige ich ihn in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnt ihr ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Hm, gut. Zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Klingt zumutbar. Bin dabei. Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun. Aber versuch mich zu ficken und wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Du hast einen Fehler. Ihr Schlaf ist schon so gut wie tot. Sonst zieh wir dich mit runter ein. Gut. Das war's für heute. 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 Ah, diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ihre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anpischt. Ein mahlström. Ein mahlström. Ein mahlström. Ein mahlström. Kennt euch nicht. Wir wollen mit Royce sprechen. Ich hab gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Die sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hergefallen. Antipersonen. Antipersonenmine. Schrapnellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Dezent. In den Fahrstuhl, ihr scheiß Lemminge. Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. Cool bleiben, wie? Denkt dran. Wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir vorlieg nehmen. Ihr habt ein Bot. Modell MT-0D12. Auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. Help. Du redest mit mir. Mein Name ist Dumdum. Aufs Sofa. Setzen. Mal gucken, wie das Gespräch wird. Gilt auch für dich. Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Aus verfickter Sofa mit deinem fetten Arsch. Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack dein Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel grümmelst. Setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Gut. Na los, entspannen wir uns. Hinzug. Was ziehst du? Was ziehst du? Steigert Endorphin und Adrenalin, dass du keine Schmerzen mehr spürst. Der Trip ist so heftig, grenzt an Psychose. Haben Konzerne ihren Kampfeinheiten verpasst, während der Konzernkriege? Cyber-Psychos schlucken das wie Süßkram. Inhalieren reduziert das Brennen, ohne die Effekte zu dämpfen. Komm schon, versuch's mal. Danke, brauche ich nicht. Keine macht den Drogen. Was süßer? Hier ist er. Der Flathead. Modell MT0-D12. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech. Sollen sie's doch versuchen. Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, hört er echt dir. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermal-Tornung. Perfekte Warnemus-Immersion durch Raven-Steuerung. Aufgemodzte Prototyp-Antriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und zieh dir das an. Vollintegrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Okay. Wir nehmen ihn. Superzeug. Echt. Ja. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Brick hat es. Also ich seh Brick-Fick hier nirgendwo. Du etwa? Ich rede... Scheiß auf Brick. Machen wir einen neuen Deal. Sehr guter Geschäftssinn. Also gut. Du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Chill mal. Hier sind sie. Einfach so? Ohne mit der Wippe zu zucken? Willst du das Geld oder nicht? Hab noch zu tun. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter Deshawn. Dexter Deshawn. Der Fettsack, der wie beknackt Halb-Pazifika gefickt hat. Das ist er nicht tot. Oh. Ganz im Gegenteil. Und er lässt schönen Grüße. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Hier ist das Geld drauf. Ja, das ist ein Segen, Alter. Wirklich. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Der Schiff hat eure. Die Heckgrund. Kiebt sie. Ich will die Kussling. Ach du Scheiße. Das befertigt mich. Die Wallen. Da. Werte, Kabrond. Ein Schuss. Ein Toter. Hör da. Wir sind abgeschnitten. Schnapp dir den Bot und den Kontrollsplitter. Färschlägerwaffen. Vorwaffen erlauben dir die Schusslinie von Kugeln zu steuern, wenn du in vorteilweise Voraussicht und die Cyberware ballistische Kuprozessor installiert hast. Schnell. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Das war alles mit. Was? Hast du eine Ahnung, wie wir das schaffen? Der Laden hier ist zu stark gepanzert. Da kommen wir nicht durch. Die Fabrik ist verdammt alt. Hier muss es lauter Wartungstunnel und Schächte und so einen Scheiß geben. Ist ein Versuch wert. Hab alles. Wort und Steuerung. Lass uns gehen. Je schneller, desto besser. Was kann ich mal, wo ich... Aber jetzt... Ich muss schon angefangen. Ich weiß nicht. Was kann ich mal, wo ich... Jetzt lass uns hier verschwinden. Ich seh... Ah, wir machen die Worte mit da. Es tut mir leid. Okay. Und jetzt... Ich versuch's. Du. Ich versuch's. Du. Ich versuch's. Und jetzt auf ganz. Das war's für heute. Das war's für heute.